So, jetzt mal schnell und clever hinten rausspielen. Das ist ja meine Stärke. Ja, dazu muss man allerdings, aber das erkläre ich dir beim nächsten Mal, den Ball haben. Ah! Jetzt ist es halt für Arminia gegen Union, beziehungsweise Union gegen Arminia. Mhm. Und gefühlt das erste Auswärtsspiel dieser Saison. Gefühlt ist das so. Dabei gab es ja schon das Auswärtsspiel in Fürth. Das wir gewonnen haben. So. Die Elffreunde kopiert uns jetzt. Schönen Gruß übrigens. Aber die können sich eben auch so Leute einladen wie den Europameister im FIFA-Spiel. Und die werden sicherlich sagen, wir hätten sie kopiert. Auf geht's. Aufnahme läuft. Diesmal tatsächlich. Ja. Das will mir nicht nochmal passieren. Abwarten. Darum muss ich heute einfach geil abliefern, wie man so sagt. Ich mache gerade das genaue Gegenteil davon, aber du zum Glück auch. Ist das schon wieder Schiedsrichter Ansgar von Hauenschein? Der haut auch gleich schon wieder den nächsten Gelb-Karten raus. Er gibt mir einfach Gelb, weil du eine Chance vergeben hast. Oder was ist eigentlich nur Logi? Das ist ziemlich genau die Logi. Toller Typ. Ich sag ja, wir sind so. Wer hat's gar nicht? Ja, wenigstens virtuell hast du Freunde. So. Wo ist denn das auch frei? Das ist ja einfach, hast du den, zack, den hasst er in den Winkel. Das ist ein berühmtes Sperrrundspiel. Das ist ein berühmtes Sperrrundspiel. Man muss auch einfach mal ein bisschen den Fußball neu empfinden. So. Das täte ihm, ja, wobei er findet sich ja vielleicht so viel neu. Also das Neue erfinden wir ja schön, wenn wir jetzt mal wieder das Alte. In der Richtige. Genau. Sind wir eigentlich tatsächlich jetzt am Ende die Jüngsten hier in diesem Haus und dann doch die Konservativsten? Ja. Antworten darauf bitte an labertmichsovielscheiß.atnw.de Nee, es. Also ich glaube, das liegt auch nicht nur an meinen ganz leisten Schiri. Da hätte ich jetzt gerne 11 Meter. Da hat er sich einfach robust reingestellt. Ja, das kann man vielleicht so sehen. Deshalb hätte ich trotzdem gerne 11 Meter gehabt. Die Realität muss ja nicht so... Oh, nicht zu spät. Er ist jetzt aber auch hier allein... Oh, wieder zu langen... Das ist dann dieses Sabbeln vorm Tor. Weißt du, statt einfach mal rein... Ja, ich weiß auch nicht, warum du sabbelst. Ich sabbel doch gar nicht. Wenn du mir da einen rein erzählst... Sülzkopf. Ich will einfach zugucken, wie du hier Tore machst, sagst. Aber jetzt hab ich mal langsam hier die Fresse dick. Kannst du da haben. So, jetzt mal schnell und clever hinten rausspielen. Das ist ja meine Stärke. Ja. Dazu muss man allerdings... Aber das erkläre ich dir beim nächsten Mal den Ball haben. Ah! Den du jetzt hast. Dafür, dass ich noch zwei Tage weiterspielen könnte und kein Tor schießen würde. Ja, das ist eine Halbzeitansprache. Ist ganz ehrlich. Ja, Jungs. Ich glaube, das war es für euch. Oder ist er natürlich... Oh, das hätte, muss ich sagen, ein Tor verdient gehabt. Ja. Aber dieses hätte... Wahrscheinlich kommt es mir hinten wieder knüppeldick raus. Auch wenn das jetzt nicht schön klingt. Naja, aber das kennen wir jetzt von dir. Vielleicht bist du eigentlich derner Thomas Gerstner oder so. War das zu persönlich? Was hat der denn damit zu tun? Der war mal Arminia-Trainer. Ich überlegte gerade einen belanglosen Arminia-Trainer. Das klingt jetzt heftig, aber... Thomas Gerstner, wenn Sie zugucken. Ist nichts Persönliches. Er ist der Arsch. Das ist ein belangloser Trainer, das ist nicht böse gemeint. Nein. Ist ja, ich sage ja nicht schlecht oder so. Das ist so wie bei mir in echtem Fußball. Die Ideen habe ich für... Es habert an der Umsetzung. Massiv, ja, ja. Auf jeden Fall. Du bist praktisch das Aldi-Fahrrad des FIFA-Spielens. Das Aldi? Ja. Oder wie gewollt und wie gekonnt. Was? Gewöhnt hat das Mann, ne? Oh! Nicht schlecht gespielt. Dass man irgendwie zumindest ein paar Runden überlegt... Und dieses ostwestfälische Lob nicht schlecht mag ich ja nicht. Das war einfach gut. Das kann man auch mal sagen. Und ich gehe auch gerne zu deinem Vorgesetzten und sage, dass du das auch mal hören müsstest. Dass nicht das ist, sondern dass du das Wort lernst. Gut. Sie zählen uns nebenan. Ich glaube, ich muss dich jetzt bewusstlos schlagen, damit wir... Du hast doch deine K.O.-Tropfen immer dabei, oder nicht? Die irgendwie immer dabei. Vor allem Freitag. Wenn es noch in die Clubs geht. Das war doch ein faul, der Schießrichter. Hattet euch nicht mehr zu pfiffen. So klingt der Verlierer. Das tut mir leid. So klingt der Verlierer. Ich werde meinen Urlaub auf jeden Fall nutzen, mir Skills anzutrainieren, die dich so richtig alt auseintern. Dann skillier du mal. Ich suche mir für nächste Woche wen anders zum Spielen. Vielleicht ja jemanden von euch. Einfach schreiben an digitalredaktion.nw.de. Jetzt kannst du es sagen. Und weh, da kommt nichts. Tschüss. Tschau. Tschau.